Hallo, wir sind Manuel, Eckart, Jupp, Jenny und Klaas. Wir haben Lust darauf, dass es in Städten wieder mehr Raum für Menschen statt Autos gibt. Wir finden unseren Kiez wirklich toll. Unsere Kinder können dort spielen, wir kommen mit Nachbarn ins Gespräch oder genießen einfach mal einen Kaffee in der Sonne. Mehr als die Hälfte des öffentlichen Raums in unserem Kiez ist jedoch Autos vorenthalten. Parkende Autos allein nehmen etwa ein Fünftel des Platzes ein und die stehen eigentlich den ganzen Tag nur rum. Daran haben wir uns schon so gewöhnt, dass wir oft gar nicht mehr fragen, ist diese Aufteilung eigentlich gerecht? Könnte der Platz nicht auch anders genutzt werden? Das wollen wir zeigen. Straßenränder können so viel mehr sein als Abstellplätze für jede Menge Blech. Sie können auch Orte sein für uns alle. Dazu wollen wir mit eurer Hilfe das Freiraumwunder bauen. Das Freiraumwunder ist ein Ort für alle. Es ist ein zweiachsiger Handwagen, der gezogen wird wie ein Bollerwagen und so groß ist wie ein Auto. Da er für den Gehweg zu breit ist, muss er laut Straßenverkehrsordnung auf der Straße gezogen und am Straßenrand geparkt werden. Auf ihm kann man spielen, mit Nachbarn ins Gespräch kommen, ein Kaffee in der Sonne genießen und darüber diskutieren, wie wollen wir unseren Lebensraum gerecht verteilen, nutzen und schön gestalten. Die Baupläne für das Freiraumwunder, viele Ideen und viel Motivation gibt's bereits. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt und wir uns daran machen können, unseren Traum vom Freiraumwunder zu verwirklichen. Das war das beste Mal bisher. Ja? Ja, voll, oder? Ich hause noch zweimal Kaffee durch. Ja. Vielen Dank.